Das ist eine große Herausforderung. Man möchte meinen, es bedarf schon eines genialen Moments, bis auch das kleine Klebert auf die Anzeigetafel kommt. Bitteschön, da ist er. Ilya Asemi kann es selbst kaum fassen. Den Ausgleich hätte auch Zlatan Ibrahimovic nicht besser hinbekommen. Und nicht nur Jerzy Bertelmann ist auch nach der Zeitlupe noch überrascht.